Ich glaube, du musst es noch mit dem Ofen machen. Ich warte mal hier einen Augenblick. Sieht schon fast aus wie ein Dungeon. Wäre auch cool. Oder wie eine Prüfung. Oh. Oh, was? Da oben ganz? Das ist doch in der nächsten Stadt sogar. Loin. Du musst es mit dem S jetzt machen, ne? Mit dem Ofen. Gerade. Wahrscheinlich nicht, dass ich erwarte und du hast irgendwie schon oder irgendwie fühlt sich jetzt woanders in die Karte. Sag ich mal so. Okay. Da wirst du jetzt gleich eigentlich dann auch zu mir hier kommen. Du bist in Darkvoll? Wieso bist du dich bei mir in Darkvoll? Wo bist du schon hier gelandet in Darkvoll? Ach, da bist du. Ah, das ist krass. Nur weil du 50 Meter weg bist, sieht man dich nicht. Hier, hier. Ich bin schon leer. Hier hinten müssen wir hin. Irgendwie 50 Meter bist du ausgegraut. Das ist aber auch krass, okay. Darkvoll. Ach ja, natürlich. Ach, ach. Ach, wieder alleine. Schön. Ach, Mann. Gut luck. Sind hier drin Affen? Alter, ich zeig's euch, ihr Affen. Na, kommt. Kommt her. Na, kommt. Zeig's euch. Ja, ich zeig's euch. For the clan. Bam. Ach, ich hab'n Geschenk oben wieder hier. Oh, ein Wauzi. Oh, ich hab'n Geschenk oben. Oh, mein Gott. Oh, ich hab'n Geschenk oben. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Wenn du den Dings runterfährst Ich sag vor allem nicht zu viel ran Aber da musst du gucken Da gibt es Erfahrungspunkte Bei so einem Explorer Bei so einem Kundschafter Was ist hier los? Boah Ach dat Viech Weg ist er Aber sowas von weg Na kommt noch einer Was ist dat denn? Kommt noch ein Schwein hier Aha Hä was wird das? Du weißt nicht wohin Du musst an diesen Ausgucken Dann musst du wieder zurück an den Baum Und am Baum ist sowas Das du aktivieren kannst Dann geht der Fahrstuhl runter Boah der schon wieder Ach das bringt Heilpunkte Scheiße Das hätte ich mal wissen sollen Was ist das denn? Press the roll button To quickly dodge the enemy's Ich kann zeig dich hier Press the roll button Das war doch easy Das war doch easy Das ist wieder eine Tasche Die ich aber Tier 6 Ohringe Weil Level 20 Aha Ok Toll Oh Was Was das ist ja wohl ein witz das gegner oder sind doch der selber gegner bläääh tragen natürlich auch level 20 ich glaube es hat meine freunde nacht ach der lebt noch höh lol jetzt auch mit dem scheiß hier mal du glatte also die post lächerlich hier schmeißt du meinen kopf wenn man schild nicht mal kopfschmeißen gegen schild schilder schilder wo bist du gerade also ich will schon ein bisschen weiter das war das gerade da bist du gestorben das glaube ich nicht aber ja genau doch doch die augen so ein bisschen so ok ja aber war ich an sie durchzukommen die fall ist nicht so intelligent gemacht in die schildern sind böse nicht hier Ja, bleib mal ruhig hier, Junge. Ah, die Pappen. Ah, okay. Oh, yeah, fang完了. Ach, Mist. Das wollte ich doch gleich. Was ist das? Was ist das? Sau! Ja, nee! Das hätten wir auch schon allein geschafft. Lächerlich. Oh! Was ist das denn jetzt? Ja, ist klar. Habe ich auch noch Platz im Inventar? Na ja, gut. Habe ich wohl nicht irgendwie mal eine Tische bekommen dafür? Ah! Ja, und dann? Ah! Okay. Stargate? Wo ist Stargate? Ach, da hinten! Joa! Joa! So ein bisschen. Dann.